Das ist sinnlos. Gebt auf. Kommt mir nicht näher. Kommt mir nicht näher. Oh mein Gott. Wer ist das? Oh, bei allen Göttern. Wer ist das? Aua. Der schießt mich ab. Das ist sinnlos. Gebt auf. Kommt her. Hier trefft mich nicht. Wo ist er? Wo versteckt sich jemand in einem Baum? Das ist sinnlos. Gebt auf. Ach hier. Links, rechts. Links, rechts. In den Haken gleich langlaufen. Hilf mir. Los, zurück ins Dorf. Hilfe. Hilfe. So helft mir doch. So helft mir doch. Wachen. Was ist denn das für Wachen hier? Helft mir doch. Erstmal was trinken. Ihr werdet mir nicht so leicht entkommen. Oh mein Gott. Jetzt habe ich auch von den Wachen angriffen. Entschuldigung. Halt. Ihr seid ein Verbrecher-Lawar. Ja, Entschuldigung. Jetzt habe ich auch noch Geld gefällt. Bleibt dem Ärger fern und ihr werdet nicht verletzt werden. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt irgendwie loswerden. Ihr werdet mir nicht so leicht entkommen. Ich trafe bezahlen. Entschuldigung, habe ich das schon wieder... Ihr riskiert euren Anstoß. Gebt auf. Oh Gott, ich muss hier raus aus dem Dorf. Das ist sinnlos. Gebt auf. Die helfen mir auch nicht. Das sind so welche... Bei den Göttern. Die sind mit den Teufeln hier. Mit den bösen Göttern. Ich weiß nicht, wo ich den Begriff Teufel her habe. Ich rede irgendwie in der Zeit nur noch Mist. Aber warum helfen die mir nicht in dem Dorf? Ich werde angegriffen und die ziehen mir auch noch Geld ab, weil ich offensichtlich sie treffe. Geht uns was mit Hilfe? Das ist sinnlos. Gebt auf. 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 Tja. Das greift doch an. So. Ihr werdet nicht gewinnen. Ihr werdet nicht gewinnen. Attacker. Schild vor Und aus der Deckung angreifen So wie ich es gelernt habe Und dass ich das behalten habe Und aus der Deckung angreifen So, super Kommt her Schild mir über Schild Über Schild ist verletzt Das ist sinnlos Gebt auf Wo seid ihr? Da Kommt her, warum greift der mich an? Ich muss euch nicht töten Redet mit mir Ich muss euch nicht töten Verdammt Wer meint das echt ernst Kommt her Ich glaube der hat schon Der ist relativ schwach Man sieht schon wie er keuscht Und er atmet Da habe ich auch schon mehrere Mal Da blutet er auch schon Er wird gleich An seinen Verletzungen erliegen Ich will ihn nicht töten, aber Muss ihn töten Sonst töte er mich Gefressen oder gepressen werden Oder in dem Fall Getötet werden Aus welchen Gründen auch immer So, kommt her Das ist sinnlos Gebt auf So Bleibt doch an Das ist sinnlos Geht auf Da ist er Oh mein Gott Wer war das? Warum haben mir die Wache nicht geholfen? Was ist denn das für ein unglaublich unmenschliches Land? Hallo Hallo Lebt ihr noch? Hallo 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 Okay, der ist tot Ich will jetzt auch nicht ausrauben Ich bin kein Leichenschänder Ich bin kein Leichenschänder Wir können was zu essen gebrauchen Dann lass uns André jagen Okay Ich werde mir erstmal einen Stadner Trank trinken Der Kampf hat mich ziemlich erschöpft Anstrengend vorhin gegen ihn zu kämpfen So Ich speichere drüber ab Und damit ist auch die nächste Sache Von Bei aufregender Musik Mehr Aranas Die nächste Aufnahme Zu Ende Ich mache jetzt nicht so lange Aufnahmen Bald werde ich versuchen länger Aufnahmen zu machen Dann habe ich heute nicht so viel Zeit So Macht's gut Bis dahin Bis zum nächsten Mal bei mir Aranas Und entschuldigt wirklich Das ist schwer Auf der Rolle zu sprechen Ich muss mich noch dran gewöhnen Es ist dieses Spiel Ist auch mehr so ein Eingewöhnungsspiel dafür Und die Musik dröhnt mir gerade auf den Ohren Die hört aber auch nicht auf Es ist gerade so eine Eingewöhnungsphase Mehr oder weniger noch Ähm Wenn ich in den nächsten Spielen Wird das wohl besser werden hoffentlich Dann werde ich ein bisschen nicht wetten Ich muss mich dann wirklich eingewöhnen Über die Verschiedenen Staffeln Und ich kann leider auch in den nächsten Tagen Nicht so viel aufnehmen Deswegen Oder in den nächsten Tagen gar nicht aufnehmen Sodass ich das nicht trainieren kann Deswegen Wirklich so ein bisschen stümperhaft Aber ich werde das versuchen zu trainieren Und wird dann auch weiterlaufen Ich habe Bock dazu Das wird auch viel weiterlaufen Auch wenn das jetzt noch nicht so klasse klingt Das wird leider laufen Ich habe das Projekt weiter so durchzuziehen Und die Musik ist so laut auf den Ohren Jetzt ist es zu Ende Und damit sage ich auch Cheerio Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.